Er hockt um die Ecke hier. Jetzt hat er da oben hockt. Es sind noch zwei. Da verschanzt er sich nur da hinten. Dann machen wir halt in die kleinen Flanken, ne? Was soll's? Lalalala, bisschen joggen. Lalalala, bisschen joggen. Na, Freunde. So mit Night Vision, ne? Wird's kein Thermal geben? Es wär so nice. Ich glaube, er steht noch da oben. Ich weiß es nicht. Er hockt halt jetzt irgendwo. Es sind zwei Typen, die auf Lab sind und Gear farmen wollen. Und der eine ist jetzt tot. Also hockt sich der zweite irgendwo hin. Rudin, vielen Dank für die 500 und den Wachmacher. Nein. Oh, oh. Bye 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 Wundervoll Das war eine gute Idee Danke dafür Die Tür rendert nicht rein Unlucky Pass auf, jetzt kommt gleich sein Maid Ich glaube, das waren zwei Jetzt kommt gleich sein Maid und lootet hinter der Tür Und ich kann einfach durch die Tür durchschießen Ah, vielleicht war es noch nur einer Der Report ist mir sicher, weil ich... Ach, kommt Leute, das ist doch... Diese Paid Actors, ne? Hab ich sechs da gerettet, Leben Hm... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh no. Geh doch. Ob ich ihn wohl erwischt hab? Oh, da ist noch einer. Ja, der Weg war zu lang. Das ist oben. Habe ich es leider gecheckt, was er macht? Er ist aus dem Fenster gesprungen, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Habe ich es leider gecheckt. Okay, da war noch einer.